Warum spielt das für Sie keine Rolle? Warum darf ich hier nicht einchecken? Sie dürfen nicht filmen. Sie dürfen nicht filmen. Ich darf filmen. Nee, Sie dürfen nicht. Ich darf filmen. Oh ja, wir sind hier im Ritz-Karten und dürfen nicht einchecken, weil Orangensaft verschüttet wurde. Frag nicht, was für Saft. Einfach Orangensaft. Turn up. Einfach Orangensaft. Frag nicht, was für Saft. Bitte. Einfach. Einfach. Ich würde Sie bitten, jetzt zu gehen. Nee, was für Saft? Fassen Sie mich an. Orangensaft. Fassen Sie mich nicht an. Das ist nämlich Homo-Shit. Fas.